Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie bereits angekündigt, werde ich noch ein Video machen, oder das ist das Video, eben zu längerfristigen Trades, die ich eben bei mir in Discord genannt habe. Neulich kam nämlich die Meinung auf in Discord, dass ich eher zurzeit sehr kurzfristige Sachen mache und das eben für denjenigen, der das eben gepostet hat, eher irrelevant oder uninteressant ist. Kann ich auch verstehen, warum? Naja, die meisten haben halt nicht Zeit, den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu kleben. Sondern brauchen Trades, die sie einmal vielleicht in der Woche eingehen oder nur einmal am Tag nachgucken müssen. Und da möchte ich einfach mal aufzeigen, was ich dennoch hierzu eben auch in den letzten Wochen immer wieder angeboten habe und werde da ein bisschen näher drauf eingehen. Wen das interessiert und längerfristige Trades mal anschauen will, wobei natürlich da die Frage ist, was ist denn längerfristig? Sind es Tage, Wochen, Monate, wie auch immer? Ja, einfach mal dranbleiben. Vielleicht ist es interessant, wenn nicht, dann einfach wieder ausmachen. Und zunächst natürlich wie immer der Risikoinweis, wenn wir in Deutschland sind. Alles, was ich hier wieder aufzeige im Konto, ist meine eigene, persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung oder Investmentempfehlung. Und ich übernehme natürlich keine Aftung und kein Risiko. Dann switchen wir doch gleich in Tradingview wieder rein. Ja, was habe ich denn da in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen vor allem eben für Trades rausgefeuert und waren die wirklich so kurzfristig? Es kann nämlich wirklich der Eindruck entstehen, dass ich sehr kurzfristig da unterwegs bin und die Sachen teilweise nur ein, zwei Stunden halt, da dennoch eine gute Rendite raushol, zum Teil als Fünffache für den, was ich einsetze. Aber das stimmt in der Form nicht. Ich zeige dann nur immer wieder auf, dass ich eben Gewinne mitnehme und realisiere. Ich werde auch gleich aufzeigen, warum ich das so gerne mache. Das heißt ja aber nicht, dass jemand anders, der eben nicht so kurzfristig unterwegs ist, die Gewinne nicht länger laufen lassen kann. Das Gegenteil. Ich erkläre in meinen Kommentaren immer, die ich dann zum Trade einstelle, wie ich das sehe und was meine Grundrichtung ist und dass man das durchaus eben länger halten kann. Ich habe sogar eine Diskussion gehabt, ich glaube mit Herbie war es eben. Der britisches Pfund, schauen wir uns doch das vielleicht als erstes an. Genau, schauen wir uns doch das gleich als erstes an. Da haben wir eben eine Diskussion gehabt, weil ich gesagt habe, naja, ich nehme jetzt mal die Gewinne mit, beziehungsweise ich steige jetzt mal kurz Long ein. Also mir haben die Trades damals gleich aufgesetzt. Das war damals britisches Pfund und Euro habe ich damals online gestellt. und ich habe da oben auch eine Markierung hier drin, wo ich eigentlich gehofft habe, dass das britische Pfund nochmal hinläuft. Hat es nicht ganz geschafft, fast aber. Und ich habe da mehrere Trades dann gemacht und ja, da kam eben die Frage auf, weil ich eben erst Short war und auf einmal war ich wieder Long. Also die Kerzen da praktisch habe ich dann Long gespielt. Warum, dass ich das mache? Die Grundrichtung ist doch eigentlich Short. Dann habe ich dazu geschrieben, ja, das ist absolut korrekt und ich bleibe da auch dabei. Das ist Short und ich werde da weiter Shorten. Aber warum soll ich denn die kompletten Gewinne? Nehmen wir mal an, ich wäre da oben eingestiegen. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen einzuzeichnen, damit es vielleicht klarer wird. Nehmen wir mal an, ich wäre hier an der Stelle eingestiegen, hätte die komplette Bewegung da runter gehabt. Wenn ich da jetzt sehe, dass da Gegenbewegung kommt, Druck da unten aufkommt und eine Bewegung nach oben einsetzt und wir sehen ja, wie weit das hoch geht, das geht ja praktisch fast wieder zu meinem Einstiegsniveau, wenn es denn da gewesen wäre, zurück und ich hätte praktisch meinen kompletten Gewinn verloren, hätte aber hier vielleicht an der Stelle schon, keine Ahnung, das 1 zu 7-fache aus meinem Trade rausgeholt, das heißt das 7-fache von meinem Einsatz. Warum soll ich denn da unten nicht Teilgewinne realisieren oder komplett sogar unter Umständen aussteigen und mir das wieder alles erstmal nehmen lassen und dann erst im zweiten Anlauf praktisch, wenn es dann wieder für mich läuft, ja, dann das einfach wieder nehmen. Ich habe doch da mehr Möglichkeiten, wenn ich doch da Gewinne realisiere, zum Teil ganz aussteige, neu einsteige. Warum? Erstens, ich kann mein Gewinn dadurch erhöhen und das zweite, was natürlich nur ist, ich habe was safe. Es hätte auch sein können, dass der Trade weitergeht, läuft sogar noch höher, knockt mich da aus und ich habe alles wieder verloren. Das heißt, ich habe den kompletten Gewinn, also das mögliche 1 zu 7, sagen wir jetzt einfach mal, was ich da gehabt habe, wäre wieder weg gewesen. Ich hätte das alles wieder verloren, hätte am Ende gar nichts gehabt und deshalb, obwohl ich schon 3, 4 Tage super Rendite rausgezogen habe. Das ist in meinen Augen nicht nötig. Klar, kann man natürlich damit argumentieren, ja, aber wenn man Vollzeit noch sonst arbeitet und das nur nebenbei machen kann, hat man die Zeit dafür nicht. Das mag schon stimmen, aber ich habe ja da genügend Anhaltspunkte gegeben, dass wir das irgendwann mal abends schließen können. Warum? Man muss das mal anschauen, wie viele rote Kerzen das sind. Das sind 7 Stück an der Zahl. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Markt 7 rote Kerzen hintereinander produziert, ohne eine Gegenbewegung? Das ist einfach sehr gering. Also je mehr Kerzen in eine Richtung gehen, desto wahrscheinlicher ist es einfach, dass man in eine Gegenbewegung kommt. Das ist einfach Logik, sage ich jetzt mal an der Börse und wenn man da zurückgeht, es hat ganz wenige Phasen gegeben, wo überhaupt 7 Kerzen hintereinander sind. Das ist vielleicht nur eine Stelle, oder? Selbst da haben wir bloß 6 Kerzen, die in eine Richtung tendieren. Und danach kommt gleich eine Korrektur. Und wenn ich sowas sehe, dann muss ich doch einfach irgendwie zumindest mal Gewinne realisieren oder Teilgewinne realisieren oder kann ich, wenn ich ein bisschen kurzfristig unterwegs bin und 7 Tage ist ja so gesehen eigentlich kein Trading mehr. Das ist ja schon ein Wocheninvestment, ein Wochentrade, wie man das auch immer bezeichnen will. Und da macht es halt einfach Sinn. Ich arbeite gerne halt mit Teilgewinnen. Also ich realisiere halt dann, wenn ich ein gewisses CAV erreiche, realisiere ich halt Teilgewinne. Warum? Die habe ich einfach safe. Die brauche ich mir nicht mehr nehmen lassen und das habe ich schon mal eingebucht. Und wenn dann der Kurs wirklich wieder gegen mich läuft oder läuft dann den Stopp wieder rein, wenn ich den Nachzogen habe, dann habe ich zumindest ein bisschen was gesichert. Und den Rest kann ja gerne stehen bleiben. Das Tolle ist, wenn ich den Gewinn habe und ich sehe da wirklich eine gute Einstiegschance und Gelegenheit, kann ich natürlich da die Position noch größer machen wie am Anfang und kann am Ende sogar aus dem Trade sogar noch mehr rausholen, wie möglich gewesen wäre, wenn ich das durchgehalten hätte. Nichtsdestotrotz, wenn ich das nicht machen möchte, was ich auch verstehen kann und sage, okay, mir ist das egal, wenn es da wieder zurückgeht, das ist da eh für mich Peanuts, ich habe aber viel größere Stopps. Das ist natürlich dann eine andere Geschichte. Also wer mit größeren Stops arbeitet, für den ist natürlich so eine Schwankung dann irrelevant. Der hat aber dann vielleicht Wochenbasis, sage ich jetzt einmal, als Grundrichtung und handelt dann vielleicht auf Tagesbasis. Nehmen wir mal an, ja, jemand empfindet das so, dann kann er das auch gern so machen und soll er das auch so machen. Und das ändert er aber nichts an der Grundrichtung. Also ich bin ja grundsätzlich eben beim britischen Pfund Short gewesen, Short eingestellt gewesen. Das heißt, wenn man da eingestiegen wäre, hätte man das natürlich gerne jederzeit halten können. Und noch immer bin ich beim britischen Pfund eben Short eingestellt und sehe das so, sogar längerfristig. Das kann aber durchaus bedeuten, dass jetzt der Trade nochmal bis komplett da hoch läuft. Das ist durchaus möglich oder man halt das britische Pfund und dann erst in den kommenden Wochen und Monaten nach unten wegbricht. Nichtsdestotrotz bin ich da aktuell eben tendenziell eher Short eingestellt. Der Trade, der wäre jetzt auch schon wieder lang gelaufen, also einen halben Monat hätte man den schon wieder haben können, in den Trade, selbst wenn man da jetzt einen neuen Einstieg gesucht hätte. Und ja, und von daher war das also nicht nur kurzfristig gedacht, der Trade, sondern wirklich auch mittelfristig. Und deswegen empfehle ich einfach immer wirklich meine Kommentare in Discord wirklich gut zu lesen, weil ich schreibe da in der Regel ja rein, ob ich das für längerfristiger empfehle oder sehe. Empfehlen tue ich ja gar nichts, sondern ob ich das längerfristiger sehe oder eben nicht und dann kann ja jeder selber dann draus machen, was er möchte. Genauso eben beim Euro, US-Dollar. Genau, da bin ich grundsätzlich auch Short, deswegen ist er der Trade der Neuerin, den habe ich eben auch so gepostet, der ist genau in meinen Zielbereich reingelaufen, der ist ausgelöst worden und seitdem ist man da im Short. Ich habe da unten eben auch wieder Gewinne realisiert, warum soll ich nicht einfach mal Gewinne mitnehmen, wenn ich da einen großen Gewinn habe und einfach mal realisieren, mach doch nichts und wenn der Kurs dann wirklich ein Stück wieder hochläuft, in dem Fall ist er sogar 50% wieder gegen mich gelaufen oder nach oben gelaufen, dann kann ich doch einsteigen. Warum? Dann bekomme ich das ja für Discount, also ich bekomme es halt günstiger wieder und kann da praktisch größere Positionen aufbauen, wenn ich immer noch an den Trade glaube und das heißt, ich habe da auf keinen Fall nur kurzfristige Sachen gepostet, ich habe es nur kurzfristig gehandelt und den Discord auch noch kurzfristig gezeigt, wenn ich eben mal eine 1 zu 7, eine 1 zu 5 oder was auch immer mitgenommen habe und man muss das aber nicht, man kann das auch länger halten. Jetzt zum Beispiel habe ich da unten wieder Kaufempfehlung, den sieht man da gar nicht in Trade, den habe ich woanders abgegeben, auf jeden Fall wirklich da unten bin ich eingestiegen mit Long Trade, den habe ich ja veröffentlicht bei YouTube neulich und habe gesagt, Mensch, wer da unten eingestiegen ist mit super engen Stopp, hätte jetzt ein 27-fache von dem rausgeholt, was er als Risiko hatte und warum soll ich nicht so einen Trade mitmachen, den ich eben sehe und jetzt hätte ich da oben den schönen Gewinn, den ich aus den zwei Tagen Kerzen hätte ich da jetzt auch noch reinballern können, das heißt, ich hätte erstens mal einen Gewinn gehabt, weil ich ja da unten was realisiert habe und den Gewinn auch noch aus dem Long Trade auch noch zusätzlich und das hätte man da reinpumpen können, wenn man immer noch an den Trade glaubt und eben schön nach unten jetzt wieder weiterhandeln können und auch hier gilt natürlich, tendenziell ist der Euro eher short, aber im kurzfristigen Bereich kann es sogar noch ein Stück höher gehen und deswegen habe ich hier sogar einen Long heute an eine mögliche Order eingestellt, das heißt, die ist noch nicht ausgeführt worden, ich habe eben gerade in Discord einen Post gemacht, wo ich gesagt habe, Mensch, schaut euch das mal an, da können wir jetzt mal kurz auf 15 Minuten gehen, da gibt es einen interessanten Bereich, an der Stelle könnte man vielleicht nochmal über einen Long Einstieg nachdenken und der Bereich ist genau jetzt erreicht worden, also genau an der Stelle habe ich gesagt, da könnte es interessant werden und da werde ich jetzt dann auch gleich, wenn das Video abgedreht ist, mal gucken, ob ich da vielleicht einen Long Einstieg sogar bekomme und dann erst im nächsten Schritt schaue ich dann wieder nach einem richtig langen Short, der vielleicht ein bisschen länger hält. Dann, was habe ich denn in letzter Zeit noch aufgezeigt? Silber. Auch Silber habe ich eingestellt, da hat mich auch jemand gefragt, ob ich immer noch, also da ist es sogar die Frage gewesen, ob ich immer noch an das Short-Szenario denke, also da ist es ja sowieso um längerfristiger gegangen und dann habe ich gesagt, ja, bin ich immer noch davon überzeugt und habe dann die Zone eingezeichnet, das war das da oben, das können wir ja gerne mal auf Stundenbasis runterbrechen, dann sieht man es vielleicht schöner. Ich habe da oben so einen blauen Bereich hinterlegt gehabt, das habe ich auch in Discord gepostet und habe gesagt, ja, ich glaube immer noch an mein mittelfristiges oder was heißt mittelfristiges Szenario für die nächsten, sage ich mal, eins bis drei Monate, dass Gold und Silber Short sind und habe gesagt, wenn der Bereich da oben angelaufen wird, ab dann kann man nochmal mit dem Short nachdenken, sollte der Bereich überboten werden, ist eigentlich das Szenario vom Tisch. Also wenn, dann muss man den Bereich da oben shorten. Ich habe das in Discord auch genau so hinterlegt, also kann jeder nachgucken, ist keine Lüge, sondern entspricht einfach der Realität und wer da oben einen Trade abgefeuert hat in dem blauen Bereich, der ist nicht allzu groß gewesen, da geht es gerade einmal um knapp, sagen wir mal, mit Spread und so um 20 Cent, also überhaupt nichts Großes und wer da oben eingestiegen ist, hat jetzt einen riesen CAV bis da unten runter schon, in dem Fall wären es schon das 14-fache, das heißt, ich habe das 14-fache meines Einstiegs schon wieder heraus, heraußen und ja, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn ich da unten, ich habe da unten ja realisiert zwischenzeitlich, ich habe gesagt, okay, mitnehmen und ich weiß gar nicht, ob ich das so in Discord gepostet habe, aber auf jeden Fall da ist mitgenommen worden, wir haben es in einem anderen Konto haben wir das mitgenommen, also ich handel ein bisschen mit anderen Leuten und da haben wir da unten eben Gewinne realisiert und das war ein guter Zeitpunkt, weil der Kurs ist ja wieder, schaut das einfach mal euch an, der ist ja schon wieder mehr als 50% praktisch von der Strecke dann auch oben gekommen, warum soll ich also nicht, wenn ich so krasse Bewegungen habe, in der kurzen Zeit schnelle Renditen rausziehe, also das ist ja trotzdem eine 1 zu 7 schon wieder fast gewesen, an der Stelle mindestens eine 1 zu 5, warum soll ich denn dann eine Gewinne realisieren und soll ich wieder alles mir wegnehmen lassen und hoffen, dass der Kurs dann weitergeht und nicht da oben in meinen Stopp line läuft, sehe ich einfach nicht mehr ein, ich habe den Fehler früher selber sehr oft gemacht und mit Anführungszeichen, man kann es natürlich nicht als Fehler bezeichnen, wenn man einfach die Zeit erfüllen hat, aber wenn man sie hat, kann man durch das Realisieren da neu einsteigen und das Ganze nach unten weiter reiten, vielleicht sogar eben mit mehr Stücken an der Stelle sogar und hat eben das Risiko ein bisschen rausgenommen und schon Gewinne realisiert zwischenzeitlich. Aber nichtsdestotrotz, der Trade ist ja trotzdem für mich längerfristiger, ich habe das ja in meinem Video, in irgendeinem der letzten vier Videos, habe ich das ja sogar aufgezeigt, wo ich darauf hingewiesen habe, dass Silber eben in so eine Art Dreifachtop oder halt Gold in so eine Art Dreifachtop reinläuft. Bei Silber sieht man es jetzt ja nicht ganz so schön, aber bei Gold kann man es ganz gut erkennen, da ist eher eine Schulterkopf-Schulter, wenn man so möchte und dass da einfach für mich extrem großes Abwärtspotenzial besteht und eben kein Aufwärtspotenzial, wie das viele betitelt haben. Und ich habe auch jetzt in meinem letzten Video, wo ich ja ein bisschen näher auf den Goldtrade eingegangen bin, da habe ich auch schon wieder Kommentare gehört, wie ich da nur drauf kommen kann, so ein Blödsinn. Das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gehört, wenn ich mal negative Sachen über Gold erzählt habe, bin dafür richtig angegriffen worden, immer muss man schon fast sagen. Und am Ende habe aber mit Anführungszeichen meistens ich recht gehabt. Ich kenne mich wirklich gut in den Markt aus, ich habe da ein unglaubliches Gefühl dafür. Und wenn ich eben das eher als Short-Szenario sehe, dann ist es so. Und wenn man schaut, wie viele Tage das schon nach unten geht, hey, das ist doch eine super Sache für uns. Da unten können wir günstiger einkaufen. Ich glaube auch langfristig an die Edelmetalle, ja. Das empfehle ich jetzt, oder darauf heise ich jetzt seit über 15 Jahren hin, für mich eines der besten Investments, was man aktuell tätigen kann. Aber deswegen muss ich doch nicht betriebsblind werden und einfach immer nur bullish sein. Das macht keinen Sinn. Sondern ich muss einfach mal gucken, was der Markt mir erzählt. Und der erzählt mir ja immer eine Geschichte. Und das war halt da oben Short, die Geschichte, die er mir erzählt hat. Und wenn man das gemacht hat, wäre man halt jetzt viele, viele, viele Tage schon Short. Und das ist ja auch kein kurzfristiger Trade. Das geht ja auch schon wieder über zwei Wochen. Und der Trade ist nur dann fertig. Ja, das kann sein, dass es dann drei Wochen oder einen Monat wird. Also auch nichts kurzfristiges gewesen, sondern auch sehr wohl mittelfristiger Art. Und dann haben wir natürlich noch australische Dollar, US-Dollar. Das habe ich auch neulich eingestellt in Discord. Habe erklärt, wieso und warum, dass ich das als Short-Szenario ansehe. Habe dazu, glaube ich, sogar ein Video gemacht gehabt, wenn ihr mich nicht ganz täuscht. Der läuft ja auch schon wieder länger. Also das ist ja einfach bloß ein Day-Trade gewesen, früh rein, abends raus. Klar habe ich das so eingestellt in Discord, weil ich da auch wieder Gewinne realisiert habe. Aber den kann man auch längerfristig erhalten. Warum? Ich habe genau erklärt, warum, dass ich das mache. Da hat sich fundamental was verändert. Die Zentralbank von Australien hat einfach einen Zins, ja nicht mehr angehoben, obwohl das der Markt angenommen hat. Das heißt, die pausieren jetzt mit den Zinsschritten nach oben. Ich gehe sogar eher davon aus, die werden eher wahrscheinlich darüber nachdenken, dass sie die Zinsen vielleicht sogar cutten, also nach unten wieder setzen. Das ist natürlich für mich ganz klar ein Szenario, wo ich sage, okay, den Short-Szenario, das ist ein super leicht verdientes Geld. Warum? Das ist ja alles klar. Da habe ich ja angerichtet fundamental. Der Markt muss praktisch fallen. Naja, das geht natürlich an ja bloß über ein, zwei Tage sowas. Das ist ja eine Auswirkung, die hat Auswirkungen auf Wochen und Monate. Warum? Weil die Zentralbank ja interveniert, wenn man so will. Ja, indirekt interveniert. Und deswegen ist das Szenario eben für mich short. Also ist auch kein Trade gewesen, der nur für ein, zwei Stunden war, sondern den kann man Tage halten, wenn es fundamental begründet ist. Ich muss dazu aber sagen, wir laufen jetzt ja gerade in eine Zone rein, wie man es so schön sieht. und da muss man jetzt mal aufpassen. Also spätestens hier werde ich auf jeden Fall Gewinne realisieren, ganz, ganz wichtig, weil die Zone ist sehr wichtig und da schauen wir mal, wie der Markt daran reagiert, ob es dann nach oben wieder geht oder gleich durchbrochen wird. Mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich da auf jeden Fall realisieren. Und dann habe ich noch einen Trade dabei und das ist auch kein kurzfristiger Day-Trade, sondern ich habe es auch im letzten Video angekündigt, Kaffee. Kaffee für mich super, super spannend. Ich habe ja erklärt, wie so und warum. Und da finde ich einfach das Long-Szenario so spannend. Und der geht natürlich auch nicht nur ein, zwei Tage, sondern der geht definitiv länger, wenn er den durchgeht und ist. Theoretisch hätte man schon einsteigen können. Ich bin es noch nicht. Ich habe jetzt mal nur noch eine Bewegung nach unten abgewartet und überlege mir jetzt eben gerade an der Stelle, ob ich hier einen Long eröffne, vielleicht wirklich auf Stundenbasis und dann mal gucken. Und dann hoffe ich, dass der Potenzial besteht, vielleicht im Bereich von 183. Und das wird auch nicht in ein, zwei Tagen abgefrühstückt sein, sondern ich gehe eher davon aus, auch wieder also ein, zwei Wochen. Also auch das nichts kurzfristiger, sondern mittelfristig. Deswegen bitte seht es mir nach, wenn ich da irgendwie mal Gewinne gleich realisiere in Discord. Das ist nicht gemeint damit, dass die Sachen, die ich da einstelle, nur sehr kurzfristig sind, sondern sowas kann man immer längerfristiger machen. Außer ich schreibe explizit dazu, hey, das ist nur ein Trade, der geht ein, zwei Stunden oder vielleicht auch nur 5 bis 15 Minuten oder eine Stunde nur. Dann weise ich darauf hin. Und ansonsten, wenn ich bei Discord was einstelle, bei den Trades bin ich mir immer verhältnismäßig sicher. Na klar, ich möchte ja keine Trades einstellen, die schief gehen, sondern die natürlich gut gehen. Also picke ich mir eh schon die raus, wo ich davon voll überzeugt bin. Und die sind natürlich immer längerfristiger. Und ich habe halt das Glück in den zwei Wochen gehabt, dass ich wirklich immer die Wänden mehr oder weniger fast perfekt erwischt habe. Deswegen die super engen CFs und deswegen die großen Renditen. Und in den letzten zwei Wochen hat es nicht einen Feed-Trade gegeben, nur einen, glaube ich, der auf Break-Even ausgestoppt wurde. Das war Euro. Das habe ich aber auch so klar dann benannt. Ist halt so gewesen. Und der Rest waren richtig klasse Renditebringer. Das einfach mal dazu als Erklärung und dass ich da mittelfristigere Sachen dabei habe. Und jetzt drehe ich noch das letzte Video vor heute. Und da geht es dann ums Thema Edelmetalle, Gold, Silber. Und das, glaube ich, wird richtig umfangreich, richtig interessantes Video. Deswegen unbedingt das nächste Video dazu gucken. Und ich bedanke mich wieder und hoffe, die Ausführungen haben ein bisschen geholfen. Und wenn ihr Fragen habt, stellt doch bitte einfach Fragen in Discord. Dafür ist doch die Gruppe da. Schreibt einfach was rein. Erklärt mir was, was ihr wissen wollt. Fragt mich doch, ob ich das mittelfristig sehe oder längerfristiger oder wirklich nur ein kurzer Trade auf Stunde ist. Ich würde mich freuen über solche Kommentare. Und keine Frage ist dumm oder irgendwas in die Richtung. Alles interessant, alles wichtig. Und jetzt bedanke ich mich wieder fürs Zuhören. Merci.